Stefan, erstmals seit dem zehnten Spieltag seid ihr nicht mehr Tabellenletzter. Fühlt sich das für den Moment erstmal gut an? Ja, für den Moment fühlt sich das gut an. Trotz alledem sind wir immer noch auf einem Abstiegsplatz und es wartet noch ein weiter Weg für uns. Blicken wir nochmal zurück auf das 1-0 in Zbickau. Das lässt sich, denke ich, ganz gut als Arbeitssieg beschreiben. Man hat so das Gefühl, im Gegensatz zur Hinrunde gewinnt ihr aktuell die engen Spiele. Was hat sich seitdem verändert? Ja, mit sicherlich die defensive Stabilität, dass wir das Mannschaft sehr, sehr gut verteidigen. Wir haben in den letzten Spielen wenig Gegentore bekommen. Ich glaube, aus den letzten vier Spielen nur ein Gegentor. Und dann reicht natürlich auch mal ein Tor. Und da müssen wir hinkommen, sehr, sehr stabil als Mannschaft zu stehen. Und dann unsere Chancen auch einfach eiskalt dann auch nutzen. Stabil steht ihr im Moment natürlich auch im Mittelfeld. Vor allen Dingen du mit Bernd Nerich und Marc Fitzner. Wie sieht so die Aufgabenverteilung auf dem Platz bei euch drein? Ja, Bernd und ich spielen ein bisschen offensiver. Fitzner ist vor der Abwehr, probiert dort die Löcher gut zu schließen. Aber wir sollen als Bindeglied zwischen Abwehr und Sturm fungieren, das Gleichgewicht herstellen. Das gelingt uns momentan sehr, sehr gut. Aber es gibt auf alle Fälle auch noch Verbesserungspotenzial. Du hast generell viele routinierte Spieler an deine Seite bekommen. Spürst du da auch persönlich als Kapitän so ein bisschen Entlastung, wenn du weißt, da sind jetzt mehrere, die Verantwortung übernehmen? Ja, mit Sicherheit. Die Typen, die verpflichtet wurden, haben wir erfahrene Spieler dazu bekommen, die auch einiges schon erlebt haben. Das tut mir natürlich persönlich gut, aber auch der gesamten Mannschaft. Es gibt Sicherheit. Wir haben gute Automatismen dazu bekommen. In der Hinrunde war das auf manche Schultern nur verteilt, weil wir einen sehr, sehr jungen Kader hatten. Jetzt ist es so der Mix aus Alt und Jung, der ganz gut harmoniert. Blicken wir noch einmal kurz zurück auf das 1-0 in Zwickau. Das war eine Co-Produktion zwischen dir und Bernd Nährig. War das in dem Moment für euch so ein bisschen was Besonderes, weil ihr euch schon so lange kennt, euch auch abseits des Platzes gut versteht? Ja, wir verstehen uns privat sehr, sehr gut. Ich kenne ihn natürlich schon sehr, sehr lange. Ich muss aber auch sagen, das Tor war natürlich nicht so einstudiert. Wir haben aber beide den offensiveren Part im Mittelfeld. Von daher ist es auch mal schön, wenn man zum Abschluss kommt oder dem anderen eins auflegt. Jetzt ist es nach den zwei Siegen bzw. insgesamt den zehn von zwölf Punkten aus den letzten vier Spielen natürlich so, dass eine gewisse Aufbruchsstimmung da ist. Das bekommt ihr ja auch mit. Hat sich das auch für dich auf die Mannschaft übertragen? Wir spüren das, dass das Umfeld auch wieder den Glauben schöpft, wirklich das große Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Wir erarbeiten uns das aber auch als Mannschaft. Wir sind sehr, sehr fokussiert seit der Winterpause. Arbeiten gut als Team und dadurch stärkst du das Selbstvertrauen natürlich auch für die nächsten Partien. Genau, die Situation sieht natürlich jetzt schon wesentlich besser aus als noch vor ein paar Wochen. Es sind jetzt aktuell drei Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Guckt ihr im Moment viel auf die Tabelle oder blendet ihr das noch komplett aus? Natürlich schaut man nach einem Spieltag auf die Tabelle oder auch wie die Konkurrenz gespielt hat. Darauf sind wir natürlich ein Stück weit angewiesen. Trotzdem liegt der Fokus auf unserem Spiel. Das können wir beeinflussen. Das wollen wir auch am Sonntag hier im Heimspiel wieder auf die Wiese bringen und darauf ist der Fokus. Du sprichst Sonntag schon an. Jetzt geht es gegen Wien-Wiesbaden. Die sind auch gut drauf. Zwei Siege sind Tabellenfünfter, kommen also mit einer breiten Brust. Wo liegen für dich ihre Stärken? Gibt es vielleicht auch Spieler, die für dich herausstechen? Ja, es ist auch eine sehr kompakte Mannschaft, die das Umschaltspiel favorisiert. Die haben schnelle Außenspieler, die wirklich auch ins Eins-gegen-eins gehen. Da müssen wir wirklich gut in der Formation stehen, gut dagegenhalten. Ja, es ist auch eine Mannschaft, die sehr ambitioniert ist. Ich glaube, das wird ein offener Schlagabtausch. Alles klar, dann drücken wir euch die Daumen und viel Erfolg. Danke schön. Danke schön.